Hallihallo zusammen, hier ist für euch wieder der Moritz von Session Music und ich habe euch ja schon die kleine Line 6 Digitalfunkanlage gezeigt, die XDV30 und aus derselben Serie habe ich noch das größere Modell für euch mitgebracht, die XDV70. Unterschiede, wenn ihr das andere Video vielleicht schon gesehen habt, liegen klar auf der Hand. Der Empfänger ist in dem Fall halb 19 Zoll Größe, die Teile lassen sich stapeln und natürlich wenn man zwei davon hat auch in ein Rack einbauen mit voll 19 Zoll Breite. Wir haben zwei Antennen hinten dran, also ein True Diversity System, was auch, obwohl das Teil bei 2,4 GHz sendet, natürlich noch mal eine bessere Betriebssicherheit gewährleistet. Wir haben zwar keine Probleme mit Interferenzen, aber was Reichweite angeht oder wenn, sagen wir mal, die Räumlichkeit ein bisschen schwierig ist und eine Antenne nicht genug Signalstärke bekommt, dann kann die andere eben einspringen. Ja, der Empfänger ist auch in dem Fall Vollmetallgehäuse, ja, ein bisschen solider als bei der kleinen V30 Serie und wir haben natürlich auch ein paar Einstellungsmöglichkeiten mehr. Nämlich sehen wir einmal auf der von mir aus gesehen rechten Seite, für euch wäre es dann also links, eine Pegelanzeige. Wir haben eine Batteriestatusanzeige, was sehr praktisch ist. Wir haben die Anzeige, ob das Mikrofon gemutet ist und das könnt ihr dann auch gleich mal hier sehen. Der An-Ausschalter ist also dann nicht nur für, wie bei der kleinen Serie für an und aus, sondern kann das Mikrofon auch muten. Und da, wo ich jetzt meine Hand drüber habe, sehen wir noch was anderes Interessantes, nämlich Line 6 hat, wie auch bei der kleinen Serie, Mikrofonmodellings gemacht und nicht nur von einem in dem Fall, sondern ihr habt hier die Möglichkeit, sechs verschiedene Mikrofonsimulationen ja euch reinzuladen in das Mic, sodass der Klang sich dadurch natürlich grundlegend verändert. Wir haben andere Charakteristiken, andere Frequenzgänge, andere Empfindlichkeiten, sodass der Sound wirklich auf eure Bedürfnisse, auf eure Wünsche angepasst werden kann. Ihr habt also nicht nur ein Mikrofon, sondern genau genommen sechs Stück an der Zahl, was ziemlich einzigartig ist im Moment. Und zusammen mit der Betriebssicherheit, mit der Reichweite von über 90 Metern in dem Fall, ist das Ganze natürlich ein sehr interessantes System. Und die Analogen können sich da, wenn wirklich alles gehalten wird, was versprochen wird, warm anziehen, würde ich mal sagen. Und gucken wir uns schnell auf die Rückseite an. Ihr habt hier, wie gesagt, die beiden Antennen. Wir haben ja nochmal Outputs, sowohl balanced als auch unbalanced, natürlich einen Netzteilanschluss und wir könnten das Ganze sogar über BNC nochmal verkabeln, hier Out, A und B. Also interessantes System aus dem Hause Line 6, XD-V70 in dem Fall. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Mikrofonmodellings alle so klingen, dann schaut doch einfach mal bei uns vorbei. Reichweite kann man natürlich bei uns im Haus auch testen. Könnt mal durch den ganzen Store laufen und schauen, wie lange noch was aus den Boxen rauskommt, im Endeffekt auch mit Wänden zwischendrin. In dem Sinne, macht gerne auch Gebrauch von unserer 33 Tage Moneybag und 66 Tage Umtauschgarantie und nehmt es mit nach Hause, testet es in eurem Proberaum vielleicht, auch wenn da Funk vielleicht ein bisschen Overkill ist oder auf der Bühne bei einem Konzert. Und ja, das war es von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.